Auf jedem Smartphone und Tablet gibt es auch eine Mail-App. Die erfüllt ihren Zweck, aber allzu grosse Ansprüche darf man nicht stellen. Für Leute mit einem grossen Mailaufkommen gibt es bessere Alternativen. Und drei solcher Alternativen stelle ich heute vor. Erstens Outlook. Die Mail-App von Microsoft hat einen zweigeteilten Posteingang. In der Ansicht relevant erscheinen die wichtigen Mails von den Absendern, mit denen sie direkt kommunizieren. Unter Sonstige werden Newsletter und Nachrichten angezeigt, die Outlook für weniger dringend hält. Diese Einteilung nimmt Outlook automatisch vor. Aber Sie können eingreifen, indem Sie eine Nachricht manuell von einem Postfach ins andere verschieben. Um die Zahl der Mails weiter einzuschränken, gibt es Filter. Und mittels Wischgesten führen Sie schnelle Aktionen aus und archivieren beispielsweise eine abgearbeitete Nachricht. Diese Aktionen dürfen Sie selbst anpassen. Hey ist nicht nur eine Mail-App, sondern auch ein Mail-Dienstleister, den man mit einer Adresse von hey.com verwendet. Auch hier gibt es eine Ansicht, in der nur die wichtigen Nachrichten erscheinen. Sie heisst Inbox, für Important Box das wichtige Postfach. Wenn Sie von einem Absender zum ersten Mal eine Nachricht erhalten, werden Sie aufgefordert zu entscheiden, ob Sie diese Mails überhaupt sehen möchten. Wenn Sie das bejahen, legen Sie fest, wo die Nachricht auftauchen soll. In der wichtigen Inbox oder im sogenannten Feed. Dort werden die Nachrichten zur schnellen Durchsicht in eine Leseansicht einsortiert. Die dritte Box namens Paper Trail enthält Bestätigungs-Mails für Buchungen, Online-Käufe und Registrierungen. Das ist die besagte Leseansicht. Die Nachrichten erscheinen untereinander und Sie können sie nach der Lektüre in einem Rutsch als gelesen markieren. Die Inbox hier wird so sortiert, dass die neuen Nachrichten am Anfang der Liste erscheinen. Über dieses Symbol hier gelangen Sie zu den anderen Ansichten. Auch beim Antworten haben Sie nützliche Funktionen zur Verfügung. Sie können sich speziell benachrichtigen lassen, wenn zu einem bestimmten Thema weitere Nachrichten eingehen oder das Thema gänzlich ignorieren. Und wenn Sie nicht sofort antworten möchten, tippen Sie auf Later, worauf die Nachricht in die Pendenzenliste geschoben wird. Meine absolute Lieblings-Mail-App ist aber Spark. Diese App hat alles, was man benötigt, um seine Mails zu sichten, zu organisieren und zu beantworten. Spark sortiert den Posteingang nach Wichtigkeit. Zu oberst erscheinen die Mails von Personen, darunter die Newsletter und die allgemeinen Benachrichtigungen und am Schluss die gelesenen Mails. Sie können hier oben jederzeit zur klassischen chronologischen Sortierung umschalten. Durch Wischgesten nach rechts und links hinterlegen Sie bis zu vier Aktionen, um die Mails zu organisieren. Diese Aktionen passen Sie in den Einstellungen an und es gibt eine grosse Zahl von Möglichkeiten, sodass sich auch komplexe Arbeitsabläufe einrichten lassen. Auch in der Mail-Ansicht existieren praktische Funktionen. Wenn Sie nicht sofort antworten möchten, tippen Sie auf den Knopf zur Wiedervorlage und verschieben die Antwort auf später. Über dieses Menü hier gibt es viele weitere ausgeklügelte Funktionen, zum Beispiel die natürlich anpassbaren Schnellantworten, die viel Tipparbeit sparen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.